Im heutigen Video soll es mal um Betrug auf Kleinanzeigen gehen. Und zwar gibt es ja viele Betrüger, die dort rumlaufen und euch das Geld aus den Taschen ziehen wollen. Ich zeige euch heute, wie ihr euch da absichern könnt. Und zwar müsst ihr darauf achten, dass wenn ihr zum Beispiel bei Direktkaufen das Ganze macht, dass dort bei der Zahlung steht. Dein Kauf ist über unseren Käuferschutz abgesichert. Das ist extrem, extrem wichtig. Denn nur so ist das auch so, dass ihr im Prinzip wirklich sicher seid. Ihr seht, der Käuferschutz kostet auch ein bisschen was. Und zwar hier in dem Fall 44 Cent. Aber dafür seid ihr sicher und ihr bekommt euer Geld zurück, falls der Artikel nicht ankommt, beschädigt ist oder irgendetwas in der Art, was auf jeden Fall betrügerisch ist. Ich zeige euch jetzt nochmal hier einen Artikel. Hier seht ihr nochmal das Ganze, wie das anders aussehen kann. Und zwar ist der direkt von Kleinanzeigen selbst. Und hier seht ihr das Ganze. Ihr könnt auch ganz normal ein Angebot machen, schreibt einen Preisvorschlag und dann könnt ihr einmal auf jetzt sicher bezahlen drücken. Und dann kann der Käufer im Prinzip diese Anfrage akzeptieren. Ihr gebt den Preis ein, jetzt sicher bezahlen. Und der Verkäufer kann diese Anfrage akzeptieren. Und dann könnt ihr den Artikel ganz normal bezahlen. Ihr gebt dann sozusagen das Geld nicht direkt an den Käufer weiter, sondern das Geld wird in der Zeit verwahrt und erst einem Käufer ausgegeben, wenn dann auch der Artikel wirklich bei euch angekommen ist und auch unversehrt ist. Ihr seht das hier, Artikel erhalten. Und dann könnt ihr das Ganze hier einfach abschicken. So könnt ihr euch ganz einfach vor Betrügern schützen und im Prinzip allen Betrugsmaschen aus dem Weg gehen. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video weiterhelfen. Es ist wirklich super kurz, aber das ist perfekt. Ich bin mega froh über diese Einstellung hier auf Kleinanzeigen. Und deswegen nutzt ihr auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich bin damit raus. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.